jo leute hier ist der gusua wieder und ich zock mal wieder eine runde coc ich bin immer noch mit den magiern ja toll mit den kobolden am start und das läuft eigentlich wirklich ganz ganz soft also klar ist dann vom zuschauen bei den angriffen halt nicht so der rupfer deswegen probiere ich das so ein bisschen abzukürzen aber ansonsten ist das halt wirklich die ja der loot gibt mir halt definitiv recht ich guck mal ich ja es gibt euch mal so lange raus bis ihr hier was gutes findet den nehmen wir mal ganz kurz mit ich habe auf den einen abonnenten gehört der sagte naja du musst doch nicht so krass die kobe spam hat er recht gehabt hat er einfach mal recht gehabt ich meine auch wenn sie nicht viel kosten stimmt das schon man muss nicht so krass viel abgeben guckt euch das bitte hier noch mal an ganz ehrlich wenn ein rathaus schnell down kriegen wollt und günstig neben ein paar kobe ich meine klar sind level 6 logisch aber das reißt so krass den hintern von ihm auf übel so das passt auf jeden genau jetzt ging es darum und zwar vielen dank an keystar 96 oder 96 je nachdem der schrieb nämlich ja du ich weiß nicht ob ich das im letzten video mal erwähnt habe kann sein der sagte ja du pass mal auf der erdbeben zauber ist auf level 3 dann doch besser als der 1er weil klar ich habe das immer nur in verbindung mit den mauern gesehen er sagt aber pass auf nimmst du das aber mal im townhall 10 bereich was ja jetzt nun bald der fall ist dann bist du mit blitz und erdbeben zauber in der kombo besser und kannst im inferno weg ballern und dann ist das vollkommen richtig beziehungsweise vollkommen berechtigt dass man denen upgrade dann sage ich auch gut okay kommen dann machen wir das habe den gleich angeworfen und kurz danach fiel mir ja auch ein ja gut okay wir haben zwar townhall angestoßen klar logisch aber genauso kann ich natürlich jetzt die ganzen kasernen noch upgraden dass ich halt den baby drachen machen kann und aber genauso halt auch den skelett zauber deswegen hatte ich ja eben das dunkle dunkle zauberspruch fabrik upgrade gemacht und von daher läuft das auch bei mir ganz sweet mauertechnisch gucken wir noch mal kurz ich glaube da ist nicht so viel passiert alles löschen zack zack sechs also läuft halt klar ist nicht mehr viel und dann wäre ich halt theoretisch soweit sogar noch mal im neuen modus sozusagen komplett max also selbst mit dem mit dem neuen update weil ich krieg die kasernen das sind insgesamt nur 12 millionen die kriege ich garantiert noch würde ich sagen ich will nicht den mund zu voll nehmen aber ich habe ja noch fast sieben tage die kriege ich zumindest angestoßen dass die dann schon mal im lauf wenn das update dann durch ist mit dem townhall dass sie dann schon auf jeden fall laufen das wäre schon auf jeden fall mein ziel mal schauen ob wir das hinkriegen ich will da ja noch mal einfach eine kobe attack bringen weil ich das ganz cool finde also wirklich dass man sieht er hier mit also logisch da muss man auch wirklich sagen da reißen die helden dann natürlich mit am meisten also wenn man die kobe site nur reinsetzt und fertig und sich sagt ach naja das wird schon das geht definitiv nicht also muss man schon ein bisschen clever dann die helden zücken so gucken wir mal genau angreifen wir haben zwar keine cb drin aber egal so ja level sieben rathaus da ist natürlich nicht viel erst mal hier leer machen erst mal die mine und sammler hier komplett weg aber eben auch nicht zu viel das war da noch ein bisschen was am leben erhalten können sagt sagt hier den bohrer noch weg und sind wir damit so weit durch genau jetzt haben wir meinen sammler weg mal schauen jetzt gehen wir würde ich sagen ruhig gleich hier mit dem wo halt wirklich eskalativ viel los sein wird also sprich hier beim beim king des gegners der muss natürlich gleich fallen ganz klar und hier helfen mir die kobe ist natürlich mega viel so ich weiß ich muss den rage ja eh nicht bezahlen von daher who cares wir nehmen die kobe ist wieder als mauer brecher und dann ist das vollkommen in ordnung die gehen richtig schön durch rathaus zersplasht klar war jetzt total easy für uns auf jeden fall wie würde diese ja sagen an dieser stelle so naja das passt auf jeden fall der riesige ja klar man könnte natürlich hier noch rage platzieren dann wäre das natürlich auch nicht so verkehrt so what alter sind meine ganzen kobe ist wieder gibt es sowas bitte wie kann denn so etwas passieren jetzt müssen wir natürlich ein bisschen zeit hier sparen rage noch ein haar schade sprungfall auf jeden fall dabei gewesen ja genau ich denke mal das sollte aber passen die queen sollte hier noch abrasieren und gucken wir mal das ist vielleicht ein schaden die kanone ja ich denke aber trotzdem das passt jetzt wird abgelenkt auf jeden fall genau und jetzt schnell jetzt muss es wirklich schnell alle da alle kommen kommen junge 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 ja doch ich denke das soll alter mega knapp mega knapp aber hat geklappt wir haben wieder eine weitere base mit einem three star besiegt mit und die kobe ist läuft ohne cb das war erhöhter schwierigkeitsgrad auf jeden fall aber ist natürlich echt geil so jetzt gucken wir mal ja genau spänen wir erstmal naja die magiatürme sind natürlich gut verteilt klar das wird auch schwer jetzt habe ich hier in dem fall natürlich noch die cb die wird mir hier den arsch retten ich mache mal angriff weil halt riesen ich droppe die mal hier und hau auch gleich king und queen raus rage hier außen dass die dass die helden halt nicht wer weiß wie sich draußen beschäftigen so und dann gleich hier mal die internen mauerbrecher sozusagen gleich mal verwenden queen muss ich leider schon rage so zack alter was hat er für cb da habe ich gar nicht mit gerechnet mit seinen cb troops ich hoffe mal er hat jetzt hier nicht so die mörder mäßigen ja toll er hat minions ja da bin ich komplett geliefert da bin ich komplett geliefert okay das ist ein totaler game changer auf jeden fall an dieser stelle muss ich gucken dass ich wenigstens die 50 prozent wenn wenn nicht sogar noch das ratort doch das ratort sollte ich auch noch kriegen aber viel mehr nicht weil die luckys halt komplett ohne irgendeinen angriff den sie sozusagen selber erleiden müssen komplett alles rasieren können weil halt riesen schießen nicht nach oben die queen schießt alleine nur nach oben die kobe's können sich nicht wehren der king konnte sich nicht wehren wir haben immerhin die 2 prozent die 2 prozent auf jeden fall genau die 2 prozent noch mal 2 prozent die zwei sterne geholt aber das war es dann auch schon und was sagt ihr dazu sollte man das eventuell mal klar ich meine es wäre natürlich ziemlich geil in einem live stream sowas anzubieten zu sagen gut okay komm wir machen mal einen angriff also beziehungsweise ich greife eure base an beziehungsweise ihr könnt meine base angreifen ich denke mal das ist gar nicht so schlecht das ist eine richtig unterhaltsame sache dass jeder halt mal gucken kann wie sieht es denn aus was kann man denn machen das denke ich mal gar nicht so verkehrt und hätte ich mega bock drauf und und das würde ich halt eben mal in so ein stream packen dass ich halt sage was weiß ich bei 25k subs oder sowas haut man nochmal ein stream raus wo ich echt schon ein bisschen wieder am überlegen bin ob ich eventuell auch wieder zu twitch wechsel hatte ich ja schon mal gesagt war ja schon mal so ein thema und ja weil warum also wie gesagt ich hatte ja zuvor gesagt hier oh ja camcord weil hier eventuell da ein bisschen was gemacht werden kann aber wie gesagt so viel stream hätte ich halt einfach wirklich zeitlich nicht können geht gar nicht und bei twitch habe ich halt einfach wirklich den vorteil dass das direkt auch abgeloadet werden kann von twitch selbst das heißt ich muss das nicht nochmal extra aufnehmen sondern kann direkt bei twitch sagen passt auf gibt man das mal danach also ein export an youtube weiter ohne dass ich es nochmal uploaden muss oder aufnehmen muss oder rendern muss und wie auch immer und von daher ist das schon echt ein riesiger vorteil das könnte ich mir gut vorstellen muss wie gesagt ich halte mich mit dem stream so ein bisschen zurück weil meiner meinung nach ist es halt wirklich so youtube geht in meinen augen irgendwo da ein bisschen vor weil wenn ich jetzt sagen soll okay komm hier ich mache hier irgendwie jeden zweiten tag oder sowas den ich halt da bin ein stream oder halt eben videos dann würde ich eher wirklich sagen gut okay komm dann lass video machen da habt ihr glaube ich ein bisschen mehr von meiner meinung nach hier jetzt wieder einfach so ganz normal hier leer machen klar hier müssen wir auf jeden fall gucken dass wir nämlich diesen sammler auf jeden fall knacken wenn der sammler nämlich so fett ist dann ist die goldmine garantiert auch nicht leer und dann sollte das hier richtig schön reißen hier ist auch noch eine goldmine richtig schön voll und dann gucken wir hier nochmal schade die rennen alle dahin ich würde mal sagen hier kann gerne auch noch mal kurz ach ja genau king king und queen ihr lauft mal einfach draußen rum ja weil es halt einfach mal bei euch läuft ja genau das wollten wir sehen und dann müssten wir noch einen knackevollen sammler da ist der sammler den rasieren wir dann auch nochmal ganz kurz weg hier und dann passt das wir haben sogar die 30 prozent da hatte sich nämlich auch ein sub drüber ja hat nicht nicht aufgeregt aufgeregt ist das falsche wort der sagt halt hey komm wieso dann mach mal bitte wenigstens die 30 prozent klar dass derjenige dann halt ein schild bekommt und dass das dann läuft kann ich auch verstehen die sache ist halt einfach die ich würde jetzt nicht unnötig meine truppen wirklich komplett wasten weil ich zum beispiel 18 prozent habe und mir denke oh jetzt habe ich aber ein schlechtes gewissen weil der ja kein schild bekommt das nun nicht aber wenn ich jetzt wirklich bei 28 prozent bin und halt wirklich nur noch irgendwo zwei kobis drin sind die ich jetzt setzen müsste dann verstehe ich das das ist in ordnung dann könnte man sagen kobis von gut genau endlich kann ich mal wieder ein bisschen was spenden und dann passt das golem cw ah genau wir gucken mal in den cw nochmal rein ja wir gucken rein gucken wir mal wie der gegner also rathaus mäßig so schauen wir mal wo hier rathaus 8 anfängt ist bei 8 das ist schon mal gleich ne ist nicht gleich im blödsinn das heißt also da sind wir auf jeden fall im nachteil dann würde ich jetzt aber mal gucken unser walter white möchte ich einfach mal vergleichen so guck mal das ist schon einfach nur rauf guckt immer das ist maxed ich guck grad mal kanonen boogie türme passen magier türme passen das ist maxed so und dann möchte ich gerne mal den achten des gegners sehen babam da ist der achte des gegners the batman so ist aber auch nicht schlecht ist nicht schlecht wir haben king auf 8 auf jeden fall nice boogie türme auch gemaxed kanonen gemaxed minenwerfer max das sieht auch nicht schlecht aus klar die mauern aber die spielen in dem bereich gar keine rolle also das spielt meiner meinung nach gar keine geige also wenn ich nur diese beiden gegner sehe würde ich sagen horsa die waldfee schauen wir mal helden natürlich low aber ansonsten ansonsten sieht das schon echt gut aus nicht man kann absolut also wie ich würde mal sagen so dieser dieser stand vor dem vorherigen update wo man sagen würde weil klar die magier türme sind noch nicht komplett oben wo man wo man halt früher gesagt hat oh ja klar hier kanone level 13 und so weiter und so fort sagst du dir oh cool max dieses frühere ich glaube ihr wisst was ich meine so vor einem halben jahr oder so das hätte man gesagt boah krass wird wird nicht leicht wird nicht leicht würde ich sagen ich komme nochmal rein ich komme nochmal rein earthquake muss aber auch nicht sein müsste man theoretisch nicht machen wenn man wenn man hier können hier können keine fallen sein hier können keine fallen sein von daher würde ich eventuell sagen was haltet ihr davon zum beispiel zu sagen dass man jetzt äh um diesen earthquake spell rumkommt äh sagen golem golem wenn die hin sind und dann vom der magierturm sozusagen die golems triggert dann mauerbrecher rein dass die halt wirklich hier oder da halt aufsprengen sollte laufen oder und dann ist man natürlich relativ cheap in der base drin und dann kommt man auch hier in dem bereich relativ easy ans townhall also ich sag mal ein two star ja aber wenn ich wenn ich jetzt sagen würde oh three star alter ihr wisst ja was ich meine ist ja so eine sache bei mir aber bin ich mal gespannt dass das läuft und ob das läuft so äh hier gucken wir mal hier wurde der ja ok ja gut da wurden dann nochmal so ein bisschen glückspunkte verschenkt würde ich mal sagen das soll es dann von mir gewesen sein mal gucken ob wir hier noch eine ganz normale verteidigung haben hier es geht ja halt ist halt war halt loot da ist so ein so ein ding wo man halt sagen kann gut ok nimmt mal mit ja aber das es geht rechnen wir uns das mal aus so also ich habe jetzt zusammen gerechnet und würde mal sagen das waren 112 k lx und 147 dunkles dafür nee das ist nicht geht so sondern das war scheiße das war nix und das ist halt wirklich diese situation wo ich wirklich vor warnen möchte ja der gusor möchte warnen ähm die sache ist halt einfach wirklich die man denkt sie oh cool zum beispiel ich baue go wipe und oh cool ich habe jeden hier mit 100 prozent besiegt sage ich jetzt mal und fertig oder ich habe äh 200k von beiden bekommen so dann rechnen wir mal das zusammen jo also wenn man dann einfach mal normale go wipe zum beispiel nimmt also ich sage jetzt mal einfach mal um was rauszuwerfen drei golems drei peckers und was weiß ich was was habe ich ausgerechnet 13 oder 14 magier dann ist man bei lass mich mal überlegen hier äh 108.000 elixir plus die 45 also über 150.000 ist man am elixir da sind die sprüche beziehungsweise die spells noch nicht dabei die kommen dann nochmal mit ja round about 30k das stück also mal 4 120.000 das heißt also wir sind einfach mal bei 270.000 elix und halt wenn die gollys noch dabei sind wenn man halt drei golems zum beispiel nimmt ist man auch bei zwei 3k je nachdem welche stufe ihr natürlich ausgebaut habt klar mit dabei im dunklen bereich das heißt also ich muss da schon richtig was reißen wenn ich dann halt sage oh gut cooles ding ich habe hier irgendwie 300k gold gemacht ja und bin ich doch viel besser sage ich jetzt mal wenn ich hier meine paar goblins ausgebildet habe und fertig klar mit goblins komme ich im clankrieg nicht weiter das ist ganz klar das brauchen wir nicht weiter darüber diskutieren logisch aber ansonsten der ganz normale base ausbau hey den brauche ich nicht unbedingt mit go wipe oder sowas machen meiner meinung nach das soll es von mir gewesen sein also macht da keinen fehler wenn ihr jetzt sagt okay kommt dann lieber günstige truppen klar im angriff will ich natürlich dann wenn ich jetzt zum beispiel im one million loot clan bin und einer zum beispiel mit nur golems halt auch eine million gezogen hat ist natürlich nice aber ansonsten das ganz normale bartsch will natürlich keiner sehen weil das kann jeder klar aber ihr wisst glaube ich was ich meine also wenn ich natürlich einen geilen angriff raushauen will klar brauche ich halt noch coole truppen aber ansonsten so dass standardmäßig um seine base halt auszumexen hey nehmt ganz billige truppen ist meine meinung wir sagt weil man muss immer noch die spells noch zusätzlich berechnen oder reinrechnen und da lohnt sich das dann schnell nicht mehr das war's von mir ich hoffe ihr hattet spaß bis dann ciao ciao